Kommen wir zum Thema Dauerkarten, Sebastian. Heute gab der VfB bekannt, dass ab dem 4. Juni die Dauerkarten verlängert werden können und ich schicke schon mal eins vorweg. Entspannt euch ein bisschen. So, das Wichtigste, das Wichtigste, das Vorkaufsrecht für die Dauerkarteninhaberinnen, muss man ja sagen, bei etwaigen DFB-Pokal und UEFA Champions League-Heimspielen besteht natürlich weiterhin. Jetzt zum Ablauf der Verlängerungsphase. Die beginnt, wie gesagt, am Dienstag, den 4.9. und geht bis... 4.6. 4.9. wäre spät, finde ich. Das wäre spät, der 4.6. ist korrekt. Also nochmal, am Dienstag, den 4.6. und sie geht bis einschließlich Montag, 24.6. und aufgrund der hohen Nachfrage wird kein Zukauf weiterer Dauerkarten oder ein Wechsel auf andere Plätze möglich sein. Genau, das war in den letzten Spielzeiten eigentlich üblich. Ist ja jetzt die Frage, wenn jetzt in den drei Wochen, in denen man seine Dauerkarte verlängern kann, die Dauerkarte nicht verlängert wird, was passiert da mit den Plätzen? Dann müssten die eigentlich frei werden und kommen in einen Mitgliederverkauf. Für die Mitglieder, richtig. Genau, richtig. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Dennoch, also warum der Wechsel jetzt nicht möglich ist, das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Also wenn es freie Plätze gäbe, warum kannst du da nicht wechseln? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist es aufgrund eines Systemwechsels Probleme auftreten könnten. Also der VfB wird sein Ticketsystem umstellen und vielleicht möchte man damit umgehen, dass es dann da irgendwelche, ja weiß ich nicht, Doppelbelegungen gibt oder Leute ihre Dauerkarten nicht verlängern können. Und ja, ob das nicht irgendwie anders machbar gewesen wäre, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber da gäbe es noch Fragezeichen, die wir vielleicht dann auch nächste Woche klären können. Also für alle, die noch keine Dauerkarte haben, aber darauf hoffen, eine zu bekommen, für die sind die Voraussetzungen vielleicht nicht ganz so gut. Wichtig ist erstmal, du musst Mitglied sein im Verein, ja und dann hast du die theoretische Chance ab Freitag, den 28. Juni um 9 Uhr sich einen Stammplatz zu sichern. Ich sage die Uhrzeit deshalb dazu, weil der VfB insgesamt nur 36.000 Dauerkarten zur Verfügung stellen wird. Und ich glaube, diese Saison waren es 33.000, kann das sein? 33.200 wurden abgesetzt. Genau, und das heißt, die 33.200 können ihre Dauerkarte verlängern. Richtig. Gehen wir mal davon aus, das machen vermutlich sehr viele, sagen wir mal 30.000, dann kommen dann vielleicht noch 6.000 Dauerkarten in den Verkauf für Mitglieder. Richtig, und da sage ich schon mal, toi, 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 es wird wahrscheinlich heiß hergehen. Einen freien Dauerkartenverkauf, den wird es gar nicht erst geben. Es gibt auch noch ein paar Sachen zu klären, wie ist das eigentlich, wenn ich im Besitz von zwei Dauerkarten bin. Da ist die Pressemitteilung für mich persönlich etwas ein bisschen undurchsichtig, weil es liest sich so, oder man kann es so interpretieren, dass in Zukunft nur noch eine Dauerkarte pro Name sozusagen erwerbbar ist. Und wenn du eine zweite hast, müsstest du diese Dauerkarte auf den Namen der Person umschreiben lassen, die du aktuell immer mitnimmst. Also sprich, wenn wir beide eine Dauerkarte hätten, die ich sozusagen bislang bestellt habe über die Webseite des VfB Schockert, habe ich die dir einfach in die Hand gedrückt. Wir sind zusammen Stadion gegangen, Thema erledigt. Jetzt könnte man es so interpretieren, dass du in Zukunft diese Dauerkarte praktisch auch mit dem Namen sozusagen übernehmen müsstest. Ansonsten kann ich dir keine Dauerkarte mehr zur Verfügung stellen. Aber das ist noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Genau, ich habe es tatsächlich anders gelesen, aber tatsächlich hatte die Pressemitteilung ein bisschen Interpretationsspielraum. Also ich persönlich gehe davon aus, dass jede Dauerkarte, die man besitzt, verlängert werden kann. Ich persönlich habe auch zwei Dauerkarten. Ich gehe davon aus, dass ich beide Dauerkarten verlängern kann. Und falls das nicht so sein sollte, dann ist meine Frau in Zukunft auch Dauerkartenbesitzerin. Also ich gehe schon davon aus, dass man jede Dauerkarte verlängern kann. Aber wir haben noch ein paar Punkte, die man glaube ich nochmal abchecken muss. Wie gesagt, die Pressemitteilung ging heute raus, auch inklusive dann der vermuteten, erwarteten Preiserhöhungen, die im Schnitt glaube ich 10 Prozent betragen, was erstmal okay klingt nachdem der VfB die Preise auch über viele Saisons nicht erhöht hat. Aber es gibt so ein paar Härtefälle, weil teilweise auch einfach Plätze in eine andere Kategorie reingewandert sind. Es gibt Leute, die müssen dann wirklich 100 Euro mehr zahlen. Wir müssen auch reden über Plätze für Menschen mit einem Handicap und so weiter plus Begleitpersonen. Also da sind wir noch dran. Aber wie gesagt, die Meldung kam heute raus. Aber ich glaube, da lohnt sich noch ein bisschen Recherche, dass wir mal gucken, ob das richtig so richtig überall fair ist mit der Preiserhöhung. Richtig, das müssen wir noch abklären und da seht es uns bitte nach, dass natürlich heute erst diese Preise, die Neugestaltung veröffentlicht wurde und wir in der Kürze der Zeit da noch keinen Gesprächspartner finden konnten, der uns das am Ende richtig aufschüttelt. Es sieht aber danach aus, dass es Einzelfälle gibt, die in Zukunft nicht nur irgendwie 10 Prozent mehr zahlen müssen, sondern deutlich mehr. Sondern massiv mehr. Also ich kann es für meinen Fall sagen, ich sitze Block 47, ich habe bisher, glaube ich, für die Dauerkarte 360 Euro gezahlt und ich werde in Zukunft 395 Euro zahlen. Und ich muss sagen, das finde ich tatsächlich okay. Für diese Saison zahle ich das gerne und für die Option dann Champions League zu gucken. Aber die Tickets muss ich natürlich nochmal zahlen, gar keine Frage. Aber trotzdem finde ich okay. Aber ich glaube, es wird Härtefälle geben, da muss man nochmal drauf schauen.